Herzlich Willkommen bei Flamer TV. Ich sage nur eins. Advent, Advent. Der Varox-Kolven brennt. Erst eins, dann zwei. Dann drei, dann vier. Dann steht Nexon hinter der Tür. Ich werde nun jeden Advent, das heißt jeden Sonntag, fünf Mystery-X-Max-Boxen öffnen. Und ihr werdet jeder zu jeder Box eine Reaktion von mir sehen. Wir sehen uns in-game. Eine Box von der Mystery-X-Max-Box kostet 990 Nexon Cash. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Lassen wir uns überraschen. Schauen wir in mein Inventar. Wie ihr seht, fünf Boxen. Ich werde nun die erste Box öffnen. Ich werde nicht hingucken. Ich werde nicht hingucken. Ich werde nicht hingucken. Ich halte mir jetzt die Augen zu. Ich muss ehrlich sagen, ich will gar nicht wissen, was drin ist. Wollen wir schauen? Lasst uns schauen. Okay. Ich habe gerade 990 Nexon Cash für ein Double Up für drei Tage gekauft. Geil. Geil. Okay. Nächste Box. Okay. Ich gucke wieder nicht hin. Lassen sehen, was es diesmal ist. Double Up. Jawoll. Ich brauche es ja unbedingt. Nächste Box. Ich gucke wieder nicht hin. Double Up. Jawoll. Keine Waffen. Geil. Nächste Box. Lasst uns sehen, was drin ist. Jawoll. 5% Speed Up. Jawoll. Das hat bloß mit Weihnachten zu tun, Nexon. Geht's. Und die letzte Box. Lasst uns hoffen. Einmal eine Weihnachtswaffe. Lasst uns sehen. Ich schaue weg. Ich sehe hin. Und sage. Oh mein Gott. Nexon. Ihr seid die Besten. Für Ups ist das die richtige Box. Kauft euch für 990 Nexon Cash. Diese Box. Ihr kriegt Premium. Premium. XP Ups. Hat sich volle Kanne gelaunt. Ich sage. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ich sehe. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Dauber. Bek Hollande.